Hallo, wolltest du mich einleiten? Ja, ich dachte nur. Du hast doch runtergezählt. Ja, ja, hier, Dicken. Moin. Hier, lass mal hier. Heroes of the Storm, Faggots of the Pawn. Komm her, hier, den Dicken. Der wird ge... Mach was! Der ist doch fast down. Die Fleischpeitsche da. Was ist das überhaupt für ein Alien? Achtung hinter uns. Die Summonen the Blown. Alter, ich bin doch voll nicht into, ey. Ich musste hier grad mich verteidigen. Da, Achtung. Okay, wir kriegen Hilfe. Wow, ich muss erstmal was skillen hier, ey. Skill... Skill... Gottes Willen! Die sind ab! Wir haben ihn. Und die Dublown haben wir bekommen. Gott, ey. Ich bin voll nicht into grade, ey. Krass. Erstes Spiel, ey. Es wäre hingewickelt! Ja, gut los, ey. Mann, 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 hier. Was macht Fisk eigentlich grade? Warum sagt er nix? Der ist auch dabei. Ja, ja, ich bin auch dabei. Ich komm auch nicht zu Wort. Ich bin hier auf der Top-Lane und beschäftige den Litterischkeit. Alter, die geben Dublon ab. Die Dublonieren. Da, hier, der rennt da rum. Ja, aber hier sind drei unten. Schießt das Schiff jetzt schon? Nee. Ich mag den nicht. Für den... Bitches? Bitches. Der muss aber schon höher gelevelten Stitches haben, weil der macht immer ne andere Fähigkeit, die ich nicht hab. Come on and slam! So, komm jetzt hier. Mach's hin, mach's hin. Gib mal den Lohn ab! Mach doch mal was! Hab ich eine? Nee, aber der da hat doch. Hier, guck, der bezahlt den Mann. Hier, hier, hier kommt, hier kommt... Oh, guck mal so'n Herzchen. Feggedy! Mach was! Ich zieh den Scambi! Hier! Oh, der andere zieht mich! Oh, Mann, ey. Oh, Mann, oh, Mann. Sieht eigentlich sehr gut für was schlecht für uns aus. Ey, ich hab keine Ahnung, Alter. Ich bin... Ich bin überhaupt noch nicht auflaufefähig gerade. Der Fies-Skill hat auch nix, ne? So wird das auch nicht. Datuk! Stuniiiin! Geht... Neee! Oh, Murak! Schon wieder? Schon wieder, ey! Ich bin ja nicht beurig. Ich muss ja... Ich muss mich ja hier um den Carry da oben kümmern. Auf zwei Lanes! Ja... Ach, kriegen wir noch hin. Ist alles noch... Ja, ja, bestimmt. Toxik-Gas... Toxik-Gas... Auf Magda-Brun. Okay. Chests have spawned. Und... Komm jetzt aber! Wir machen den Dicken jetzt fertig! Hier, der wird genascht! Oh, wie du ihn weggeschubst hast! Ich hab hier gar nicht... Irgendeiner hat ihn... Oh, weckt! Friss ihn! Friss ihn! Ist doch cool dann! Jetzt... Jetzt hinterher, Alter! Wie viel hält der denn aus, der Dicke? Alter, ey. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht! Komm, wir gehen wieder weg, ey. Bo-dum, bo-dum. Das kann neu ein Schiff schießt, ne? Der Schwierke ist vorbei, hier, ey. Au! okay, YOO forts, ey! Wy-hey-he-hey-he-hey! Wie kann jetzt deine Ernte sein?! Das... echt Ernte, ey. Ceratul hat 8 scheiß Dubblonen, ey... und gehört- da zu uns? niein. Sieben davon gehören mir! jetzt... hier, jetzt müssen wir dublonieren! Wir haben ja keinen... Da kommt Ceratul, da kommt Ceratul hier sind wir, in Stichez-kampf... Er wird... Ich seh's kommen. Kommen wir vier Leute um Stitches rum. Können wir jetzt mal Action machen? Alter, jetzt möchten wir ihn doch wohl verhauen. Ah, er zählt. Ah, sehr gut. Ah, wir haben Stitches verhauen. Das ist doch viel mehr wert als das Schiff. So, hier abgeben. Hier, 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 den da. My little pony, ey. Hier, hier, lass mal hier den Blown Camp machen. Blown? Hallo. Ich brauche ihn hier. Hilfe! Wieso rennt ihr denn weg, wenn ich sag, lass mal, dass du Blown Camp machen? Ey, ihr seid so Spatzis, ey, beide. Echt? Ist das schon wieder tot? Lass mal, dass du Blown Camp... Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, du willst mal... Was macht der Typ denn? Das ist, dass ich wieder ab... Oh, Mann. Die haben schon wieder abgegeben, Fizz. Ja, echt. Mann, Mann, Mann. Oh, die schießen nach uns. Ihr könnt jetzt mal ja hier den Ansagen, was... Da unten, die machen Ding hier. Ja, die machen Ding. Ja, keine Ahnung, wieso hauen wir denn die ganze Zeit überhaupt auf den Tank? Lass doch mal hier, hier, guck mal hier. Da, hier, da. Ja, lass mal was richtiges jetzt. Jetzt komm. Also, wir laufen jetzt nach Norden und machen da was. Ich dachte, wir holen Matassa da oder so. Oder holen uns mal einen Watchtower oder... Oder einen Camp oder irgendwas. Camp respawn in 20 Minuten. Hier, hier, hier. Jetzt hier töten wir so einen Schwächling hier. Okay, was ist hier los? Oben laufen Mobs rum. Komm. Boss. Guck mal, die haben lange Umhänge. Hier, die haben hier so einen Heavy-Camp gemacht. Ja, ja, ja. Alter, mach selber trüben. Ich einfach nass. Das kann nicht sein. Fick du. Komm, wir machen das da oben schnell. Er ist hier. Okay, jetzt. Wieso ist er so riesig? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist denn das hier? Wer ist Sky? Alter! Der Typ ist ja dreimal größer als Stitches. Was ist das? Das hat er da. Ist das. Wer ne Ulti. Ja, läuft. Läuft. Ne? Was? Level 13 gegen Level 10? Hm. Da haben schon welche... wie er nicht sagt. Wenn du mal nen Hook landen würdest, dann würdest du das einfach nicht sehen. Wenn du mal nen Hook landen würdest, dann würdest du das einfach nicht sehen. Wenn du mal nen Hook landen würdest, als ob du das Leben mitbekommen würdest. Hier, guck dir den Hook an. Hast du gesehen? Ja, super Hook. Boah, wie ich ihn gekillt hab. Voll ne Graupe, ey. Hier, was ist das für einer? Ja. Ach cool, die haben dir den Boss natürlich auch geholt. Ja natürlich, wir sind ja auch alle gewiped. Du hast nicht gefinished hast du. Ich hab nix zum Finishing. Oh man, ey. Aber mit Nova bist du besser unterwegs. Ja, du bist auch mit jedem anderen Hero besser unterwegs. Muradin ist aber nicht da diese Woche. Obwohl der hier mehr deiner Körperfülle entspricht. Ohhohohohoh Ohhohohohoh Kommne der, war nicht schön Blessed Geh mal an dem Camp vorbei, mach mal Ja, ich will zu den wichtigen Sachen Nr die wehren? ...die anderen Feinde Alter Die Andern Feinde?! lass doch mal hier irgendwas sinnvolles, was Ist halt so r communion Hier kommten Chiessen source Die Ganon von 不要 gess und es habe schon Of course Der exemplo Konsumiert uns Ey, der konsumiert mich auch! Wiedertot? Wiedertot. Ich hab noch drei Tone frei, bis wir even sind. Stitch ist absolut nicht mein Champ. Was ist denn? Das ist doch kacke hier. Serratour ist viel schlimmer, ey. Der K.A. portet sich die ganze Zeit zu einem Run und... Schlitz dich einfach auf. Schlitz dich einfach auf. Was macht der so? Soll er schon wieder voll ist? Jetzt wollen wir den Camp machen oder irgendwas. Es ist so zu spät. Wir kriegen ja nichts. Es ist okay, over. Better Surrender, ey. Ey. Ihr Flaschen. Du hast denen mehr Keys geschenkt, ey. Als das ganze Team. Ja, aber ihr rennt nur rum und zerrt, Leute. Wir versuchen Stitches zu besiegen. Das ist der Tank! Das ist der Tank! Das ist der Tank! Das ist der Tank! Der Tank greift uns aber die Base ein. Ja, natürlich. Der Serratour ist ja auch reich. Der ist ja... Andersrum, andersrum! Da ist er! Der Stitches! Jetzt machen wir ihn fertig! The Hooks! Wie soll denn schon klären? Warum denn nicht? Der Hooks! Komm, wir haben ihn! Yes! Warum denn nicht? Der Retour ist viel wichtiger! Wuhuuu! 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 Komm schon! Wir haben nicht einmal abgegeben, ey. Wir haben nur 6 Dublow. Ja, aber Stitches ist tot. Stitches is down. Da haben wir erstmal ein Zeichen gesetzt fürs Team. Ja, ja. Wer wird denn in der Mitte wieder am... Ich werde überhaupt nichts. Wen soll ich holen? Den Fliegenden? Ne, den Gestelzen. Der hat 11 Faktor Blumen. Die ganze Zeit. Ich glaube, der rafft das nicht. Ne, ne, der rafft das schon. Der hat das aber auch schon ein paar Mal abgegeben. Deswegen sind die auch schon mal 16. Der gibt immer dieselben Dublowen ab. Da ist er noch. Ne, das ist Bitches. Da? Der Getarnte? Das ist nicht Bitches. Ne, ne, ne. Stitches ist bei mir hier oben. Es hat geklingelt. Das ist nicht cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja. Oh ja. Ja los, rauf, 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 rauf. Hast den Heal gesehen, Junge? Der Heal, alter. OP. Ich muss trotzdem mal weg. Der Heal war echt OP. Ich hab mich schon so tot gesehen. Nein! Oh, 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 oh. Oh Gott, oh. Oh, oh, oh. Sieht doch eigentlich ganz knapp aus oder? Ja, hier, eh, Dells Bastard hat schon wieder 13. Ja, wer unsichtbar ist, den sieht man ja auch nicht, ne? Ist ja auch unschuldig. Aber vom Level her sind wir wenigstens nur noch eins dran. Zwei? Oh, zwei, ja. Jetzt. Ich möchte mal sagen, ne? Ich habe schon ein Camp gemacht. Ja, verpiss dich, Zeratul, ey. Ich mit Commander. Ah, Boss kommt. Come on and slam. Jetzt wird er wieder gerayed. Ja, jetzt zieht er da rein, hier. Stitches. What I... He's going in. Hier, da hält er ihn auf. Weißt du, da hält er ihn auf? Wo ist er hin? Hier, hier, hier. Komm, komm, ich habe noch einen Hook. Hook! Hook! Und jetzt, wo ist dein Damage? Nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Der Hook war da. Was ist hier oben los? Die Chiss! Der Boss! Da haben wir jetzt Du Blown? Schaffen wir es das erste Mal abzugeben? 10 Du Blown! Ich glaube nicht. In zwei Mal haben wir schon, ey. Woah! Guck wie wir eins sahen. Guck wie wir eins sahen. Guck wie wir eins sahen. Vielleicht sollten wir da unten das Camp mal aufräumen. Ja komm, hier, planen! Verlieren! Ach, das ist doch nicht vorbei. wir regeln das wir ignorieren einfach da muss ansagen und ich meine was wir schaffen können tja hier stets wichser hat schon wieder zehn fucking dublon ja der macht die camps die ganze seite rennt nur von a nach b und auf dem weg ein trifft machen den kaputt ja super da haben wir boss da oben gemacht wir lassen sich durch die base ein dann machen wir jetzt den boss tot dann müssen wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen wir was jetzt ist nur carry get in der base komm ich bin gleich da wieso rennt er eigentlich an den minuten zubei ist er beschitten aber da hat einfach ohne leben zu verlieren ja ja ich glaube ich muss das haben ja da war mal flitsches denn da Ah, ich versuche mal die ganze Zeit in der Mitte gepinkert Was ist das? Alle sind gewurzelt Ja, ist vorbei, ne? Oder auch nicht? Was nun los? Das lebt doch nur unser nächstes Ich kann auch gewinnen Ja, ja Ich glaube, wenn wir jetzt einfach rein schießen zweimal ab den Korlan, dann ist es Game Over Weil die Spiel abgegeben haben Schießt ihr das Schiff eigentlich auch auf den Nexus? Ne, ne, ich glaube ja, ja Echt? Doch, doch, ja, ja Aber erst wenn kein anderes Gebäude mehr da ist Was gleich der Fall ist Genau Ja Da kommen sie unten, komm, unten, unten Ja, komm Ich hab schon wieder 6 abgegeben Ich hab sie hier Welches Camp machen die denn wohl? Ich bin direkt hinter dir Ja, ja Ich bin direkt hinter dir Ja, ja Irgendeinen Camp müssen die doch hier machen Unten Ah, unten Wer ist der? Den, den müssen wir töten, den hier Ich geh rein, ich geh rein Nö, doch nicht In Stalu Jetzt hätt's ihn haben können Ja Ich hab mir gedacht Das Elend guck ich mir von außen an Ja Hätt sich mal ein bisschen anstrengen müssen jetzt in dem Fight Kann Stitches auch Teammates hooken in dem Spiel? Glaub nicht Bei Dota geht das Glaub ich gar nicht Ja, hier nicht Hast du Glück, ey Hätt ich dich reingezogen Das geht ja nicht mal in Lull Indirekt schon Trash kann das Ja, indirekt So, ich Äh Als einziges produktives Mitglied Äh Des Teams Des Gegner-Teams Würde ich mal sagen Geh ich hier noch ein bisschen von A nach B Guck mir hier mal an, was hier so los ist Guck da noch mal ein bisschen rein Me too, me too Me too 1 on 1 Was ein Game Kerrigan wants to help Stitches als ob, ey Komm schon, geh wir rein, geh wir rein Was machen die denn? Ja, die wollen unbedingt mit dem Schiff enden, oder was? The Hooks! Äh That Dodge Geht aber nix Nicht viel zumindest Wieso? Kiss dich Geh doch nicht kaputt, ey Geh nicht kaputt, ne Aber die sind auch tausend Level über uns Zwei Ja Also tausend Millionen 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 Stitch, hast du's gehört? Millionen Ich war Wir hätten's geschafft Das Schiff hat aber nicht allzu viel Schaden gemacht, muss man sagen an dem Nexus Naja So viel ist aber auch nicht mehr übrig von dem Apparat, ne Na, es war aber auch wirklich eine ganze Kugelladung sozusagen War das einzige Gebäude, was noch steht Ja, ja Warum auch einmal Warum auch Zwei von den Hä? Die laufen eigentlich zwei Seratools rum Das hat auch ein Seratool Oder nicht? Naja Ja, die haben, weil die Avatar haben Okay Ja, was der kann, weiß ich noch nicht Der steht in der Base Und, äh Kann sich in Heroes reinstecken Und, äh Kann Dann Sozusagen So, dann ist er halt in seiner In seinem, äh Körper oder in der Kopie Ach, der geht, ey Es gibt's ja kein Alter, der sitzt uns gerade verleidigen wollen Ja, keiner weiß, warum sie nicht finischen Ja, weil sie unbedingt in den scheiß Schiff Ja, das gibt's bei League of Legends gibt's das auch so oft Wenn du wirklich so jetzt beenden kannst Beenden noch nicht, beenden noch nicht Macht so viel Spaß hier noch zu tönen Ja, aber da kannst du ja nicht surrendern Oh, das war ein sehr schönes Spiel Es hat total viel Spaß gemacht Ja! Wir fangen klein an, um uns dann spaßmäßig zu steigern Das ist, äh So eine Achterbahn, die nur aufwärts geht, Leute Ah So Tschüss Tschüss